die Geisel zurückholen mein Freund und willkommen zurück zu einem weiteren Padlet's mit der Rainbow Six Siege über den Kanal Geisel-Konsulat mit dem Vierer-Trupp wie ist er die Rolle ich bin so ein Büro leer ja die Söder Kappern kam aus dem Keller ja ich höre sie auch schon das ist immer schief ich hab die Geisel gesehen weil die Barrikade nicht zu war äh ich hab den zerstört den Schocksender warum kann ich nicht weiter fahren was ist denn das denn da steht noch einer äh ich hab den zerstört den er gelegt hat ja aber der hat mich erst gemütet wo er den zweiten gelegt hat Geisel entdeckt und den hab ich zerstört ja da steht noch einer daneben deswegen du brauchst du einen anderen gemütet der hat mich erst gemütet wo er den zweiten gelegt hat und den hab ich zerstört äh bringt mir das auf den Cam Killer ja so was aber auch du bist gar nicht bei mir na ich krieg's irgendwie nie raus mit den Eichneingang Zeichneingang ja ich geh jetzt mit ja ja kannst du mal da drauf achten zack ich geh in den kleinen Raum rein das muss ich viel tun oder mehr möchten wir wollen sind ich finde ich soll der mit ihm ich war der Brüssel schon begegnt wir wollen zu tritt erst wenn sie die Branche gespielt so gerade zum Schild und auch einer hinter und für das ist ja ich denke da wird der Schockdrohne Bei mir war er noch hinter dem Schild. Geschossen bei mir. Hier ist safe der Gang erstmal. Abgefangen. Das kann ich nicht mal das er... Das macht keinen Spaß dieses Spiel, wenn du die ganze Zeit Headshots auf die Uhr herbekommst. Da ist safe, so war jetzt hier der Gang. Den sind die Pings. Oh nein, 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 nein! Wo? Die haben mich unten durchgesehen. Hier unten durch. Ja durch die Tür. Ich bin da vorbeigelaufen. Mute low. Magazinwechsel! Hm, ich würde da Smoken durchlaufen oder so, oder da unten durch. Wieso bist du an den Haupteingang lang gelaufen? Ja, dass du es jetzt besser gebrauchen könnt. Da 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 ist der Captain. Und der... Ich hab so lange zum Zielen gebraucht. Hm. Der liegt ganz hinten in der Ecke, wo die Eckluke oben drüber ist. Ja. Da hockt er? Der liegt da unten drum, da unten durch die Eckluke. Ja, oder drunter. Ist unzerstörbar? Nö, nö. Du musst noch mal gegenschießen. Da steig dich. Ich glaube jetzt kommen die Verkonten. Das Ding ist unzerstörbar. Da ist ein Nektoschild. Da ist ein Nektoschild. Okay, ich hab ihn bei mir voll erwischt. Ich hab ihn bei mir voll erwischt. Das war's nicht so geil von ihm. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Schussplatten einsetzt. Stürzender Endes bereit. Ich fühle ihn fast an oben. Das kann ich wieder wegnehmen. Der Boden ist jetzt verstärkt. Zehn Sekunden. Noch fünf Sekunden. Noch fünf Sekunden. Noch drei Rüste. Hm. Stürzender gestartet. Bauer auf. Okay. 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 Da ist einer mega low. Wir sollten nicht in derselbe Ecke hocken, Daniel. Bestätigung. Sichtkontakt zum Ziel. Erdgeschafft. Einer tot. Nice. Jetzt sind wir vier im Raum. Alles safe. Der Typ hätte jetzt easy schon sterben können. Wollte ich mal sagen. Der Dick ist schon mal tot. Fällt mir. Fuse hat mich. Schade. Er hat schon Thermatt gekillt und auch einen. Ich glaube das andere war Fetcher. Ja. Für sie mission successful. Fetcher kommt. Fetcher kommt. Ja, Fetcher kommt. Die nicht mehr so viel Hetz in Binde von mir tot ist. Mhm. Ist er eigentlich bei dir reinforced? Ne, oder? Sub. Äh, eins. Okay. Nur einen drin hab ich noch drin. Äh, Blackbeard. Garage guckt zum Rangon. Kannst du hier auch noch einen ranlegen. Garage, Sub. Genau geradezu. Ich mach ihn. Zwei, zwei. Da ist auch Fuse, Sub. Beide gucken zu dir. Ich markiere sie einmal für dich. Kommen beide vor, Sab, die sind beide direkt vor dir. Scheiße, ich weiß irgendwo noch nicht. Noch einmal, neue Stand. Einer jetzt vorm Raum, setzt Fuse an, in dem Raum, glaube ich. Ja, das Störsender. Ich sterben, schießen die da rein. Störsender, ich habe das. Da ist Blackbeard. Die Markierung ist Blackbeard. Da kommt auch der Dritte. Da ist auch der Dritte. Der Fetcher. Okay, alle Blackread-Cams sind top. Ich habe den Fetcher etwas angeschossen. Keine Cam nützt mehr was. Fetcher. Das sind alle drei. Los, Punkt, komm wieder. Vorsicht, Fuse. What the fuck? Ja, der sich durch die Barrikade erwischt. Ja, die Barrikade ist nicht mal kaputt gegangen. Könnt ihr die aufschießen und zu Sab reinrennen? Nein! Nein, kann ich nicht. Okay, sieht nicht so aus. Der Blackbeard liegt da am Boden. Jetzt kommt von hinten. Nein, lass es mal. Vielleicht geht es los. Das Barrikade bleibt ganz, aber ich sterbe. Kannst du nicht Harakiri machen? Sab, geh mal da in die Ecke zur Reinforcement. Cooper, schieß mal die Barrikade da auf und renn da mal rein hinter der Reinforcement-Reviven versuchen. Ah, die sind da, glaub ich, vor. Deswegen soll er da ja vorbeirennen. Ja. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, gar nicht. Nur noch 15 Sekunden. Lass gucken. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Die können auch von hinter dir kommen. Da ist auf, ne? Ja, sind sie. Mission gescheitert. Ne, der war einfach geradeaus durch. Ja, jetzt ist er da reingekommen. Du hast ja auch deine Position verlassen. Ich weiß. Aber ich hatte nicht gerechnet, dass ich von da getroffen werden kann. Hm. Garage, Sonne und Raum, oder? Ich glaub. Hm. Geißel? Ne, Geißel ist die Küche da, glaub ich. Garage direkt, nicht. Ne, die haben nur noch Visa-Büro und oben die beiden Räume. Ne, Garage gibt's gar nicht. Archiv oben, die beiden Büros und das Visa-Büro. Ähm, da wo wir immer über die Reinforcements schießen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da bin ich jetzt weder Back noch Ash. Und schießen wir auch so auf. Ach, Frost. Hm. Service wie Castle. Keine Ahnung. Ja, war Castle. Hab ich gesehen, meiner Drohne. Einsatz sind fünf Sekunden. Angrisserlaubnis erteilt. Findet die Geisel und bringt sie zum Evakuierungspunkt. Gehen da schon was auf? Ne, das ist wohl die Kerne, ne? Ja. So, warte mal. Ich will noch in der Nähe sein, die Ford-A-Chips. Du leckst. Okay, hier ist eine Karseltür. Was geht's? Ich leck's. So, wenn wir zum Gaming schießen, wir das hier können. Ähm, ja. Ich glaube, ich hab einen... Boah! Ich hab einen Headshot da durchgegeben. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich hab einen getroffen. Autsch. Störseiner zerstört. Als ihr runtergeht, unten da, direkt neben der Tür ist auch noch ein Loch. Geil, ne? Ich hab den Mute seinen Rücken perforiert. Great Wallach, ja. Auf jeden Fall. Störseiner. Wir spielen nur gegen zwei, ne? Nice. Jo. Okay, einer direkt am Fenster. Ich hab irgendjemand verletzungsassist. Der Mute ist verletzt. Ähm, Copa direkt, ähm, links von dir am Fenster. Okay, hat sich erledigt. Okay, hat sich erledigt. Ach, genau da war die die ganze Runde lang. Hätte ich da einmal nur ne Sprengladung angesetzt, ne? Ne, oder hat sich auch mal nach links verzogen. Genau. Ich hätte ja lucky sein können. Ich kann's uns auch Ruk nehmen, Jun. Ja, ist gut. Ich weiß nicht. 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 Das ist der Ort schon blackbeard drüben, im Gegend über. Ich kann nur eine Lücke von oben reinforcen. Die ist glaub ich die wichtigste, weil die direkt in den Augen geht. Fünf Sekunden noch. Dieser Boden ist fertig! Machst du den Hauptengl dazu? Ja, komm, wir hatten ja noch. Fetcher macht einer zum Haupteingang schon drin, Fetcher steht vorm Haupteingang. Also zwei Haupteingang, Garage ist noch zu. Visa-Büro ist zu. Immer noch vorm Haupteingang? Weiß ich nicht, Cam ist kaputt. Ja, Sledge ist jetzt an der Wendeltreppe untendran. Guck mal rum. Ja, hat jetzt die Cam kaputt gemacht. Visa-Büro noch leer, Garage ist noch zu. Ich bin so leise, kurz nichts für schön, was ich gesagt habe. Visa-Büro sind jetzt zwei, IQ und ein aus dem kleinen Ding. Sledge, das ist wahrscheinlich. Das sind aber auch schon fast alle Camps da. Mhm. Garage immer noch leer. Jetzt ist Garage aufgegangen. Ja, Blackbeard ist in der Garage. Und Cam auch da. Und ganz oben ist gerade keiner. Das hätte mich aber auch verhundert. Sag mal Bescheid, wenn irgendwas bei mir passiert, ne? Besonders die Luke über mir. Drohne fährt für unser Haupttier. Man schaut sich um, ob da jemand ist. Ah, jemand ist in dem Nebengang. Also, hier, auch, äh, Blackbeard ist gerade in diesem Gittergang. Jetzt muss ich aus der Kamera aus, jetzt kann ich nicht mehr gucken. Ich bin immer noch nicht, kann nur so. Na, Drohne. Kannst jetzt, kannst auch rausgehen, zapp. Fuck. Ach, da bin ich auch noch nicht, Drohne. Oh, ist drin. Da ist einer runtergekommen. Einer ist im kleinen Gang bei uns. Ich verstehe nicht. Ähm. Your voice is really low. We can't hear what you say. Ich schade auf mein Magazin. Ein wenig Spotter-Kills. Ab die Drohne. Sondern small halt, lieber Kills machen. Mhm. Okay. Garage ist eine reingekommen? Ja, aber vorhin, Wanda Blackbeard und noch einer. Ja, Blackbeard ist jetzt in dem Nebengang. Ja, wo gerade ne Flash. Wanda Garage ist in den kleinen Nebenraum gegangen und dann in den Nebengang. Haupttier wird bei uns aufgeschossen. Fetcher tot. Nice. War er, der das aufgeschossen hat? Ja. Ja, da ist aber noch einer, der hat ja noch was geworfen. Ja, das kam aber aus dem Fenster. Achtung, neben uns geht auf die kleine Tür. Ja, der Young ist... Vermeid auch tot. Sehr schön. Ist noch einer. Blackbeard... Das scheint beim Young zu sein. Blackbeard ist bei mir noch. Ach, den Shit hat ihn wieder in den Arsch gebetetet. Ah, ich bin verletzt. Ja, bei mir noch das Gefühl, dass er im kleinen Raum ist. Blackbeard ist da noch. Ihr habt nur noch Blackbeard und IQ. Okay, IQ ist anscheinend über uns. Dann ist keiner mehr im kleinen Raum. Vielleicht haben die die Flash von oben. Blackbeard killst mich nicht. Doch, jetzt geht er mich. Hat er als Bait genutzt. Ja, 25 Sekunden, der ist in der Garage. Ihr kam wieder an die Drohnen. Da kommt er. Da kommt Blackbeard. Da ist markiert. Guckt durch das Loch in der Barrikade. Nicht pieken. Er ist markiert. Nicht pieken, er hat ein Schild auf. Ja, kleiner Raum, kleiner Raum, kleiner Raum. Nicht pieken, nicht pieken. Er hat immer noch sein Schild. Er hat den random gekillt. Er kommt in den kleinen Raum, kleinen Raum, kleinen Raum. Rechts neben Raum, neben Raum ist Blackbeard. Er ist Haupteingang jetzt. Ja, er kommt. Ja, er kommt. Seidlimit erreicht. Ja, die Waffe gesafed, ne? Ja. Schau mal, schau mal so. Self-knicken. Der dazu, den Kill gebe ich meinen Gegner nicht. Scheiße, hey, für den durch die Wand kill schieben mich immer noch da oben, ey. Headshot, ey. Das ist so bitter. Wollt schauen, welchen Raum sie diesmal nehmen. Wollt schauen. Macht mir die Runde ohne mich. Ich bin nur das hier. Wollt. Und die Geise lokalisieren. Sind die Drunt? Ne, aber nicht. Aber jetzt nicht mitten in der Runde. Da und auch. Gut, wo ist halt. Ne. Visa-Lehr. Oben drüber. Oben sind's großes Büro oben. Wie? Und so. Frost-Loop. Und dann nachher. Frost 20 Scham. Immerhin 20 Schaden. Puls. Hast du unlangt nicht mal gepulst, Junge, ne? Das ist korrekt. Seine Schrotz wurde genervt, seine UMP ist absolut Müll. Ne, die ist nicht Müll. Die ist nicht Müll. Doch. Nein. Wenig Schaden. Sehr kleines Magazin. Ist trotzdem nicht Müll. Ist sie nicht. Sagen, Daniel, der WMP-Orkastro-Schütze spielen. Na, aber ich. Ich finde sie als Waffe an sich nicht verkehrt. Ist ein bisschen Luft, dass sie kein höheres Besier hat als Rotpunkt. Aber sonst ist es ganz ordentlich. Ich mach hier einfach mal auf. Bist du losch? Woe. Ich mach jetzt hier auf. Kannst du auch Drone oder wie du bist? Oh, verletzt! Nice. Warte, ich Drone. Mit meiner Schock-Drone. Nein, es macht das. Oh, was, sie lebt noch. Sie hat mehr als fünf HP. Sie ist da. Da, kannst du eine Grenade hinwerfen? Du hast keine Führung. Hatten Back. Was für ein Bug? Hä? Was für ein Bug? Mein Operator steckt in der Wand fest. Ja, aber irgendwas hat er getan. Ja, Frost ist wieder hoch. Hat 15 HP. Schießen durch das Fenster. Was hat denn mein Operator gemacht? Ist der die verletzte Tod? Der die das? Frost ist doch gerade vor dir weggelaufen. Hast du Frost? Hab ich doch gesagt. Frost ist wieder oben. Hab ich gerade eben gesagt, wo du geschossen hast. Die ist durch dein Bild gelaufen. Ich glaube, ich setz mal. So. Hier über den Raum. Ich war schon sogar oben. Ich war sogar gerade in der Hubs, die Bewegung. Wie kann man da getötet werden? Du warst halt noch vorm Fenster. Du hättest einfach zielen müssen. Mit deinem Schild. Oh, Daniel. Alles safe. Wir haben das Verwaltungsbüro für uns so ganz verteilen müssen. Wir haben das eigentlich nicht mehr. Weil man da nicht so viel kontern kann. Das Loch. Der Jäger war ziemlich hinten bei der kleinen Tür, als der mich gekannt hat. Hast du noch eine Drohne? Mhm. Ich schieb mal den Kapkang-Draht am kleinen Fenster da hinten weg. Nicht, dass du da dich machen scheiß und dann mal reinschwingst in Panik. Ich glaube, man kann jetzt schon reinschwingen, weil der da... Frost? Ich weiß nicht, ob da eine Frost-Fahrer da ist. Oh, ja. Äh, Frost ist... Was, die schluckt? Haupteingang, Haupteingang. Die war außerhalb des Raumes. Da ist ein Frost-Fahrer beim Haupteingang. Kill die mal. Schön. Okay, der Jäger war vorne im Raum, als der mich gekillt hat. Geisel gesichtet. Da ist er, da ist er. Yes. Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Deswegen. 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 Äh. Soll ich den Schub nehmen? Alles gut. Ich würde so gerne da unten das Büro mal versuchen, ey. Schalter? Hm. Nee, oder? Das haben wir schon mal versucht. Was Neugier, da haben wir ziemlich versorgt. Verwaltungsbüro, ach, ich weiß es nicht. Konsulbüro, ach, mir egal. Scheiße, ein Puls wäre jetzt ganz gut gewesen, wenn ich merke, wenn die an die Fenstern sind. Dann musst du aber hoffen, dass sie dann immer noch da sind, wenn du dann die Fenstern wachst. Ich glaube, die ist nicht ganz ideal geworfen. Da komm ich nicht hin. Sprengladung dauert ja auch ein bisschen animationsmäßig. Wir haben so lange gelegt, heute. Wir haben nix zu muten oder so, ne? So. Kann einer da hinten mein Dings reinforcen? Hier, kann einer hier reinforcen? Ähm, ja. Ich geh' noch raus. Nur noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben die Geile, der Jack. Ich... Ich geh' jetzt. Bleibst du trainieren? Ja. Also kann man Rüstung killen. Braucht man eigentlich nicht. Braucht man nicht. Wenn man verletzt ist, dann kann man noch mal ne Rüstung haben. Weil hier hockte ich immer Sub. Finde ich im Raum. Den Stammplatz hatte ich dann übernommen als Ackermann-Monster. Aber dann hocken wir jetzt einfach wieder hier. So easy going. Auf dem Spot, wo Daniel jetzt ist, den verabscheu ich mittlerweile, nachdem der Morantim hingeschossen wurde. Ich hab' mich da einmal hingestellt, dann wurde ich sofort gekillt. Ich geh' mir runter, man. Kann ich unter den Töten? Schade. Wer kam, wer schaut, kam's? Ey, Daniel, Vorsicht. Ich... Oh, ich hab' ein... Ich hab' einen angeworfen. Hast du konnte halt Garnaten, Jürgen? Ja. Okay. Hab' ich grad zum Kaulang gebraucht, wo ich bei Rook war, um die Decke aufzumachen. Ah, einer ist auf der Wendeltreppe. Fettschuss auf der Wendeltreppe. Sonst seh' ich grad keinen. Du bewegst dich grad nicht, Sub, ne? Ne. Die Valkyrie im kleinen Raum bei der kleinen Tür ist auch kaputt. Sagen wir mal Bescheid, wenn du dich wieder bewegst. Fjus hat sich einfach mega, einfach easy in den Raum geswingt und ist dann gestorben. Swing. Swing, dein Ding. Ich glaub' beim Young ist er noch gekrimmt oder so. Blackbeard. Natür... Ja. Ich hasse das, ne? Blackbeard hat ein viertel Leben, der war um die Ecke. Wirklich, ich hab' keinen Gegner mehr gesehen und ich krieg' einen Headshot. Wo ist er genau? Am Fenster? Ja, im Raum. Im Bildraum. Ja, im welchen Raum? Im Objective Room. Ich hasse das, der hat ein viertel Leben. Ich hasse das wie die Pest, dieses Rumgelegge. Da ist Daniel. Da kommen zwei. Außerhalb. Wo ist er denn im Raum? Da ist noch einer links, da vorne kommt vor Cooper. Ich geh' auch keinem Raum. Oh, der ist doch letztlich. Cooper, man hört dich gar nicht mehr. Blackbeard ist es am Fenster, der hat ein viertel Leben, geht komplett death. Der hat ein viertel Leben. Wie will das einem den Randomer eben sagen? Dass der am Fenster hängt und ein viertel Leben hat? Er ist der letzte, der am Fenster hängt und ein viertel Leben. Kannst du mich wiederhören? Nein, nicht gut. Geh aus den Kameras, sag mal ja so aus den Kameras, ich bin in den Kameras. Der Rabbit ist immer noch. Er ist in der Kameras. Ja, er ist aus. Er ist immer noch da am Fenster. Immer noch da, Daniel, hinten. Jetzt hinter dir, es hat bei dir jetzt am Fenster. Packens habt ihr nicht mehr viele... Ja, nice. Sehr schön. Sehr schön. War auch fast tot, der hat mich schon mal getroffen. Ach, verpiss dich, du Schwanzlutscho. Ne, weißt du, immer wenn ich gerade am Killen bin, leckt es. Ich zersiebte den Sledge, er ist verletzt, ich schieße die ganze Zeit drauf, wieso stimmt er nicht? Ja, ich bin auf einmal tot. Du hast ihn gekillt. Ich hab den Sledge gekillt? Ja. Der Random hat den anderen geholt. Das kann mir nicht sein. Doch. Du hast den Sledge gekillt oder der Random hat den Sledge gekillt? Ja. Weil ich hab nur einen Killen, ich hab den Fios gekillt und egal. Ja, hat der Random den gekillt, keine Ahnung. Ja, weil ich hab eigentlich bei mir den Sledge mega gekillt. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.